Mr. Flacco aber trotzdem klappt es noch nicht so ganz. Wir verbrauchen einfach zu viele Schritte das ist noch nicht so gut aber was man hier machen könnte ist auswendig lernen mit auswendig lernen könnte man hier ja klarkommen, aber wer macht das schon ey das ist noch zu heftig ich muss einfach irgendwie Schritte sparen. Ah scheiße, da gehe ich wieder. Bei denen habe ich Köpfe, das war natürlich ein Fehler, naja durch Schritte sparen, so kann man Schritte sparen, indem man hier auf den Mitarbeitern, auf den Staff-Leuten rumläuft das ist natürlich, viereinhalb Minuten ist natürlich eine lange Zeit, ne? Jetzt gehen wir mal die ganze Reihe ab Mist, die ersten hauen schon ab. Oh nein, doch nicht auf die. Oh Mann, wieso mögen die das denn? Alle hassen es bis auf die wieder mal da, ist doch blöd Komm schon, warum mögen die das denn hier? Komm schon Gibt's nicht irgendwo noch Leute, die das hassen? Hier, okay Komm schon, hier Drei Minuten Drei Minuten, oh Ey was, warum Oh, weil die sich bewegen, sind die bescheuert? Wieso bewegen die sich denn jetzt? Oh, ist doch kacke schon wieder Oh Mann, ey Das ist doch schon wieder alles scheiße hier Wieso bleiben die? Kann man die nicht noch irgendwie aufhalten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach Mann Das ist echt dumm Das werde ich eh nicht schaffen, ey Oh Mann Na komm, ich gucke mal was hier oben abgeht Scheiß drauf Hier, die hassen das auch schon alle Wie verrückt Hier ist schon niemand mehr Na toll Hier ist niemand mehr Ich fasse es einfach nicht 44 noch, es geht eigentlich Wir haben schon Über die Hälfte der Zeit geschafft Wir haben noch 44 Schritte Oh Mann Schnell rauf hier auf die Köpfe Gehirnwäsche Damit sie es wieder mögen Nein, jetzt bewegen die sich wieder Ich glaube es nicht Komm schon, komm schon Oh nein Das hat jetzt voll Das kostet immer voll viele Schritte Jetzt habe ich nur 15 Toll, ey Jetzt schaffe ich es ja auch wieder nicht Komm 28 noch Und noch über eine Minute Naja, das wird leider nichts Verdammte Scheiße Hä Wieso, jetzt kann ich da nicht lang Na toll Jetzt kann ich da nirgendwo lang Weil ich Das gibt es doch nicht Mann, ey Ist das ein Scheiße, ey Mann Kann man das nicht irgendwie Mach mal quit, ey Scheiß drauf hier Wage quit mache ich hier Ist auch kacke Was kann man hier denn noch so machen Start game Ähm Ja, hier kann man die verschiedenen Storys Steps auswählen Ja, die anderen Steps Können wir noch nicht Weil wir das erst freischalten müssen Ist doch scheiße Hä Hä, hab ich jetzt Hab das doch eigentlich gar nicht genommen Ich hab das zurück gemacht Auf B Okay Ah, jetzt können wir das Müssen wir das erst wieder Boah Dass man das nicht wegklicken kann Das nervt auch übelst Ist so Ja, ja Listen, listen Ach Leute Say goodbye To your career Yeah I know Come on Michiko We've been doing this for 10 years You can't fail now Hey everybody It's your favourite popstar Michiko Mimaita Today I'm going to sing my new song La 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 Lemon Kiss I hope you like it Is that all? I came because they said it was a secret concert But Chico's a has-been I heard she's actually 10 years older than she says she is This is a waste of time Let's go Oh no This concert will be a disaster if everyone leaves I'll have to go back to the country and be forced into marriage Oh God of the Popeidals Help meee I'm getting my seat So Weiter geht's wieder hier Dauert immer alles, ey So Gucken wir was wir jetzt gebacken kriegen Harter Shit auf jeden Fall Harter Shit Leute Gucken wir mal hier lang Keine Ahnung Gucken wir mal hier lang Ich will's endlich mal schaffen Vorhin schon Pikmin 2 gespielt Da hab ich auch vorab gekackt Man ey Und jetzt das Das demotiviert natürlich heute Absolut, ne? Dann macht doch echt keinen Spaß Ich weiß nicht wo ich noch lang gehen soll Dann können wir wieder runter gehen Ah Passt schon Scheiße Hauen so viele ab Man, wieso hauen so viele ab? Verdammt Die mögen's noch Das macht dann wieder einen Strich durch Rechnung hier Warum mögen die's denn noch? Man, komm schon Ja lol Man, da verliert man 15 Dinger 15 Schritte verliert man durch so ne Scheiße Jetzt schaffe ich's doch schon nicht mehr Kackdreck ey Kann ich dann direkt schon neu starten? Äh, kann ich irgendwie nicht Scheiße Oh, schon wieder Die ticken doch nicht richtig hier Diese fetten Drecks Ja, verloren Oh, ist das ne Scheiße Komm, fall ich direkt runter Kack drauf ey Das macht doch keinen Spaß ey Das macht keinen Spaß Ich hab eben gesehen, ich hab eben geschüttelt Dadurch könnte man's schaffen Ähm, ich hab grad geschüttelt Und dadurch ist das noch stabil geblieben Oh cool Vielleicht Ich hab jetzt was Neues herausgefunden Nach fünf Minuten geht das sogar Nicht mal viereinhalb Sondern fünf Oh man ey Komm, geh mal wieder hoch So wie eben Haben's nicht eben hier welche gehasst? Jetzt mögen sie's wieder, oder was? Wie bescheuert ist das denn? Ah, immer weiter, immer weiter, Leute Ätzend, ätzend Ich mach's so lange, bis ich's schaffe 20 Folgen später, Leute Da schaffe ich's Wenn's natürlich zu lange dauert, dann werd ich's schneiden, ne? Dann werd ich's cutten, so dass ich's dann irgendwann Bis ich's dahin schneide, wo ich's dann geschafft habe Nein, nicht abhauen Oh Mann, ihr blöden Wichser Hauen die einfach ab, ey, ohne mich zu fragen Da oben auch schon wieder welche Nein, oh nein, kacke Ich geh wieder runter Schnauze voll hier Es ist immer ungefähr gleich mit den Schritten, wieviel ich noch hab 55 oder 56 Schritte Okay, jetzt wird's natürlich bitter hier gerade Oh, jetzt kommt die schon wieder Nein, nicht, 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 bitte Oh, rennen die mich hier um, ey Jetzt schaffe ich's wieder nicht Sind hier überhaupt noch welche? Anscheinend nicht Ah, hier, toll Oh, Mann Doch, passt noch Sehr gut Naja, es wird leider nix Das wird nix Das ist alle weg Das ist acht noch Und verloren Zwei noch Und weg Oh Mann, 57 Sekunden noch, ey Alter Okay, Leute Ich würde sagen, damit die Folge jetzt nicht Nochmal so behindert wird Den Rest der Folge Also seht ihr jetzt Ich werde das jetzt schneiden Und wenn ich's schaffe Werde ich das hier einfügen Damit das Ende der Folge jetzt nicht Also damit ich's am Ende der Folge geschafft habe Sagen wir so Also Dann würde ich sagen, melde ich mich Wieder, wenn ich's geschafft habe So, Leute, es wird ein hartes Ding Dann guckt euch das hier an Es wird knapp Reicht es Acht Stück sind noch da Hauen die vorher ab Komm, bitte nicht Bitte nicht Haut nicht ab 16 Schritte noch Das reicht Und wir haben's geschafft Jawoll Und Leute, ihr werdet's nicht glauben Das war direkt der erste Versuch Nachdem ich gesagt habe Dass ich dann einen Cut mache Das war direkt der erste Versuch danach Direkt geschafft Ah, sehr gut, Freunde Mann, 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 ey Geschafft Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Was ist Das war toll, Michiko Jeder war so Erinnert, dass sie fallen über Ich glaube, dass du es in dir hast Ich meine Ich bin nicht Fertig Ich verstehe Das war Verrückend Ich verstehe Ich verstehe und du bist Superstar endlich geschafft leute endlich und wir haben sogar sieben memories fahrt nicht schlecht man das war auch knappes dinge meine fresse